uhr jo leute willkommen zum einundzwanzigsten törchen des minecraft pvp advent adventskalenders heute nur mit dem toby hallo da der torben um das wochenende nicht da ist und der froh nicht vorproduziert hat oder wir und ja hast du schon gesagt was wir spielen äh ne da wollte ich gerade zu kommen trouble in minecraft auf gomme server auf dem gomme server und ja sollte jeder kennen oh ne bei mir backen wieder die gegenstände backen dass ich manches nicht aufheben kann an bogen und na bogen hier kann ich auch wieder nicht aufsammeln da ist doch ne scheiße jungen lass mir mal ne pfeile die ich merke sogar er cheatert habe ich habe immerhin eine shotgun ich auch er kriegt erst mal falsch an genau die leben regenerieren ne ups ja ich kann hier einfach alles nicht aufsammeln ich habe jetzt so ne scheiß shotgun mit der ich überhaupt nicht umgehen kann alter was machen die detektors die schlagen wieder random ich diese opfer haste wahrscheinlich so kleine sechsjährige kinder die nichts können äh guck mal hier die minigun kann ich auch nicht aufsammeln nun getesten pass auf jetzt habe ich nicht bemerkt dass ich traiter bin du weißt ja dass ich ihn nur benach du weißt ja dass ich ihn nur benach du weißt ja dass ich ihn nur benach ach der da war es ja wieso hat er mich angegriffen und hier bei ihm das random gekillt oh Mist diese opfer ja jetzt kann ich auch nicht mehr die Hilfe hinter mir wo warst du ach junger alter ja wo wohl wie weit bin ich wohl gekommen die Tür wird doch nicht da lang ja aber ich hab nicht die Tür durch wer hat die geholt der dir schreibt fest die sind alle drei traiter hab keinen bock mehr weil ich schon direkt random vom Detektiv von griffen wolle sorry scheiße der hat mich getötet Mist ok dann sehen wir uns in der zweiten runde ok jo bis gleich tschüss so zweite runde ähm auf der map tropia 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 genau ja ja ist ja lust er hat einen pass oh Tobi danke ich hab beides bekommen nice bei mir ich könnte die Sniper aufsammeln danke lieber gott scheiße ich versau's grad voll mhm ich möchte dringend Traitor werden mhm ich bin dringend Traitor mhm ich bin dringend Traitor jetzt glaub ich dir jetzt sogar mhm ich was mach ich denn hier grad für ne scheiße loll warte der ist Traitor der Gameplay der ist es der hat ein Medikit gehabt ja euer Steinschwert Leute 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 sowas darf ich dir aber nicht bei mir machen wahrscheinlich stehst du da schon wieder oben auf dem Berg ja das war so verdammt ficken klar scheiße ich bin tot mhm ach das steht ja eigentlich nicht so an wie der da eiskalt unten steht und sich ja vom Medipack reinzieht und die killt jetzt noch rein sind die alle schlecht ok das leben noch vier außer mir zwei Detektives sind zwei ok bist du jetzt ehrlich kein Traitor als auch nein nein ich hab einen Traitor gekillt jetzt ehrlich? jaja das ist gg naa war klar ah ne die Windows-Rents haben gewonnen oh ok dann würd ich sagen sehen wir uns in der dritten Runde ne joh bis dahin jo Leute da sind wir jetzt in der dritten und ähm letzten ich wunder mhm diesmal in einer 24er Runde auf dem ähm Pirate Bay wusste ich ach naja ich glaube ich ähm und ja Leute es sind nur nur drei Tage bis Weihnachten ne heißt die in drei Tagen wir hoffen zumindest ähm das heißt das ist jetzt Floris vorletzte Folge ne? wo du aufnimmst ja ja da bei Weihnachten ein dolles Special kommt jo heiligabend es ist nicht Weihnachten ach scheißdruck scheiße und ja und ich kann nicht aus dem Kackschiff raus ach das ist peinlich ich bin leider geschwommen ich hab gekillt ach Leute ich werde jetzt drei Runden Minus sind bitte 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 lass mich leben gib Eisen hmhm der war nicht testen im Kampf vom Tester interessant aber mir leckt das grad hart boah was sind das für Läckens vollkommen ungewohnt ey hier hätte ich irgendwer gekämpft wie tief was ist denn da passiert Alter scheiß randomkiller ah plus Traitor nein hey der auch fick dich oh der wurde getötet danke danke ihr auch ach ich werde geschlagen hihihi er kommt einfach ein und dreht direkt den Raum der es regnet grad voll derb ich weiß ob es hier nirgendwo mehr nen Schwert gibt kannst du nicht sein und ich mach einfach weiter mann ich hab kein Schwert bloah ich weiß längst dass du es bist aber ich hab besseres zu tun wie das ist ich hab grad Fun mit zwei Detectives in einem Raum wo grade schon viel Creeper reinkam wieso sollte ich denn Traitor sein oh ein Holzschwert und dieser komische Kekslice ist bestimmt auch ja der lebt grad nicht mehr ja der lebt grad nicht mehr ja der lebt grad nicht mehr klar ja wenn du dich tötest tötest jetzt hab ich keine Waffe mehr hä ich schieße jetzt einfach random Leute an da ist es boah alter bei mir funktioniert nichts mehr scheiß Spiel ich hab hier eigentlich ein Holzschwert und kann das einfach verginglich aufsammeln ja der lebt äh scheiß Bug ich hab nen Traitor gekült ich hab nen Traitor gekült ich war es doch nicht eins zwei drei Tobi ist tot oh ja du kannst mir sagen dass du Traitor bist ach nein ich gar nicht mhm aber ich hab kein Schwert sag mir aber bitte wer noch Traitor ist nuh ich bin doch tot du Idiot sag mal bitte äh Christi24 und Julik26054 die zwei wo ich grad steht ja ich wollt schon sagen weil die haben mich gekült ich hab aber einen von euch mitgerissen wo auch immer dessen Leier ich weiß ja komm geht Leute töten ich hab kein Schwert ich hab kein Schwert echt nicht jetzt geht doch hier diese Sargent für ne Gehütten oder da unten den Detective unter dir hm ho ja ist vernünftig wenn ihr da in der Dreiergruppe einfach so rumsteht du 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 din äh ihr wisst schon dass da Flori hinter euch ist ein Detective ich weiß ich hab aber leider keine Waffe was ist das für ein Detective Alter ihr rennt von ner Minigun weg Idiot jetzt wird sich wieder wie der Angie Merkel smiley ging ja wie ging der noch mal warte oh wie ging der noch mal ich hatte den so schön erfunden ey jetzt geh die doch da unten killen ach ja wo ging der ja das sind nur 3 Leute und ich hab kein Schwert ja und schreib das ist dort da guck da kommt dein anderer Traitor Kollege da wha unfa dog oh joh Naja, hab lange überlebt, dafür, dass ich kein Schwert hatte. Zwei gegen einen. Okay. GG. Okay. Gut, mit diesem schönen Angie-Merkel-Smiley... Ich glaub, ich hab den sogar... Da musst du dann reinzoomen. Ja. Verabschieden wir uns nun von... ...dem ein und zwei... Euch, meine lieben Freunde, ihr waren uns die Teuersten. ...Törchen, genau. Und dann soll ich... Hm. Es sei denn, Ihr sollte... ...kirchen an. ...自己 hatte... ...